Das Bundesheer rüstet um. Nach neuen Panzern bekommen die Soldatinnen und Soldaten neue Uniformen. Ab kommenden Jahr wird die Truppe neu angezogen. Die neue Bundesheer-Standard-Uniform wird in Zukunft durch ein Drei-Flecken-Muster gekennzeichnet sein. Die neuen Uniformen sollen nicht mehr wie die alten Grünen in Spanien, sondern in Österreich hergestellt werden, auch um die österreichische Textilindustrie zu unterstützen. Die Umstellung beginnt nächstes Jahr. Wir machen keinen Unterschied hier bei den Aktiven und bei den Milizverbänden, sodass wir in den nächsten drei bis vier Jahren das Erscheinungsbild des österreichischen Bundesheeres von Grün auf Leckentarnung umstellen können. Die Standard-Uniform kostet 66 Euro, der Kampfanzug mit nicht entflammbaren Spezialstoff und eingebauten Protektoren in etwa das Doppelte.